Oh, was schaut denn herzlöbersch? Es ist etwas, was ich dir darüber spreche. Es ist etwas wichtiges. Ich könnte in diesem Pod auf dem Nautiloyd sterben. Du könntest sterben, zu spüren, um mich zu freien, aber du hast es auch gemacht. Ich lege dir meine Leben. Begegnetze, in der Fall. Du unterstützt mich gegen Leisel. Ich hätte nicht überlebt, ohne dich. Ich versuche zu sagen, dass du meine Vertrauen in eine Art sehr wenige haben. Ich möchte, dass das etwas bedeutet. Ich möchte, dass du mehr über mich wissen kannst. Ich möchte, dass ich mich daran erinnern kann. Wenn ich meine Frau Schaue, ich wünsche sie als eine Dark Justizier. Es gibt gar nicht eine bessere Weise, um sich zu vollständig an die Frau Schaue, außer wenn du sie der Herr der Kirche ist. Eine Dark Justizier ist, um die Night-Singer's swordarm zu sein. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my Mother Mother, I should add. The Mother Superior, Head of Lady Shah's Enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever be ready. I owe her everything and I only wish to serve, yet she can prove... ...inscrutable. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion. A destruction. A destruction. But for this... I hope my time will yet come. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Okay, Jermaine. Come. Come. Das war's für heute. Und so, das wollen wir mal. Oh, das können wir alle schon. Oh, das ist gut. clean from your meat yet you are not bleeding for I am nothing if not merciful your name, child Lazel Lazel proud regal, even you will call me Jastil Kithrak Vos, knight supreme the queen's silver the queen's sword I am who you say a gake vessel has fallen from the sky Lazel, thieves aboard have taken a weapon most precious it is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people you feel Shadowheart's anxiety the weapon that Vos seeks is the same one the Absolute followers are hunting it's the artifact that she carries, her mind focuses the gith's suspicions cannot be aroused they cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp take word to your creche you are to join our search speak up child affirm your mandate Ich speichere mal zack Alter, ernsthaft Meine Mandate zu stillen Kithrak ist, um diese Kresch zu befinden. Ich wurde aufgrund einer Geich-Ship und muss sich purifizieren. Ihre Mandate ist, um mich zu helfen. Purifizieren? Soon, deine Haut wird schreie, und deine Blut wird schreie. Du wirst deine Haut, um Geich zu werden. Only in death are the infected cleansed. Boretha, see that her skull is split and the tadpole crushed. Then examine her corpse. I will take word to the Undying Queen. Our search continues. A current of deception carries Vos's words. Wherever he flies, it is not to Vlackith. To Danos, to the sky! Ist gut. Alter. Das ist nicht gut. So war's. Die sind viel zu stark. Guck mal, die haben uns innerhalb einer Runde schon fast alle getötet. Das ist nicht gut. Das sind viel zu stark. Die sind viele zu stark. Naja, wenigstens wir ihn auch. Nein! Moment, das war dumm. Ich vergesse immer wieder, dass man das dann unterbrechen muss. Okay. Okay. Ach der existiert gar nicht. Okay. 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 Genau wie gerade. Okay. 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 Provoziert. Vielleicht klettern die dann hoch, das wäre ja schon mal ganz sinnvoll. Okay. 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 Die sind halt einfach zu stark. Also wenn das nicht klappt, müssten wir wohl eher doch mal in den Untergrund, oder? Das war's für mich. Meine Injuries brauchen Tending. Ich denke... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin Fury. Ich bin Tod. Jetzt ist die wieder da. Oh Mann. Oh Mann. We're taking position. Need to act fast. Take two of you. I will not fall before my time. You can last much longer like this. Ach verdammt, ich Idiot habe. Das ist nicht gut. Wir könnten ja mal was anderes ausprobieren. Ich glaube nur, dass die Antwort immer dieselbe sein wird. Wir hereinwe después. Take word to your crush. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. My mandate just still Kithrak is to locate this cred... Purified? wir können diesmal den ersten angriff starten kannst du dich schon mit runter kommen sie ist so was von stark da muss ich was gegen tun gut das war nichts folgen der ist gar nicht was als etwas zum nun Das läuft ja noch schlechter als vorher. Das läuft ja noch nicht. Ich habe richtig blöd gespeichert, da habe ich sowas von nicht aufgepasst. Oh, wee! Was ist das? Die werden alle wieder sterben. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sie ist eigentlich nur am Heil. Und meine Leute über... Ich meine, da hält das ein paar Kugeln ab. Und viel hast du noch? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und wenn sie halt nur als Pfeilfutter dienen. Vielleicht trifft ja einer mal nicht. Oh. 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 Ich will ascend. Sie ist gerade unsere Vorhut. Ohne sie wird es schwierig. Und der Schatten, der es die ganze Zeit heilt, ist auch sehr praktisch. Wir haben es geschafft. Warum haben wir es geschafft? Schließe zehn Hintergrundziele in einen Durchgang ab. Ach du Scheiße. Könnt ihr dir mal helfen, bitte? Irgendjemand? Was bin ich? Ja, ich bin übergeladen. Nicht, dass das hier irgendjemand überrascht. Wir haben es tatsächlich geschafft. Boah. Aber wie knapp war das denn? Na dann, lass mal reden. Hat er nicht auf Befehl eurer Königin gehalten? Überzeugend. Beruhigt euch. Bewahrt euren Zorn für die Feinde eurer Königin auch. Warum geht denn so viel runter? Stark überladen ist ein Nachteil? Nehra. Ja. Judicious counsel. Und Vexing, given the source, I am a child of Gith. I will abide by protocol and seek the Kresch Guster, as Vlackerd has taught. Und dann, dann, dann werde ich den Heretik mit seinem eigenen Silber-Sword. A Kresch ist nah, so viel ist sicher. Wir folgen den Weg nach vorne und suchen signen von Gif-Yanki-Settlers. Niemand, nicht sogar die ignoble Zestil-Kithrak, wird mich von meiner Pürifikation. Gut. 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 Gut.